Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Bewerbungsquickie. Dieses Mal geht es nicht um das Foto, sondern um die Unterschrift. Die würde bei einer Papierbewerbung ja irgendwo hier unten landen, beim Datum. Bei einer Online-Bewerbung, wo Sie nur PDFs verschicken, da brauchen Sie die Unterschrift nicht zwangsläufig. Doch ich finde immer, es sieht besser aus, wenn sie dabei ist. Wir schnappen uns also als erstes ein Blatt Papier und unterschreiben. Das Tolle ist, Sie können so oft üben, bis Sie mit einer Version zufrieden sind. Das ganze Blatt packen Sie dann in den Scanner und lassen die Seite einlesen. Wir haben jetzt also ein Bild, auf dem in meinem Fall drei Unterschriften sind. In Word gehen wir dahin, wo die Unterschrift mal landen soll und über Einfügen, Bild, Bild aus Datei öffnen, lesen Sie dann die Seite ein, die Sie gerade eingescannt haben. Okay, so kann es noch nicht bleiben, das sieht ein bisschen seltsam aus. Wir gehen also wieder in das Menü Bildformat und suchen dort den Punkt Zuschneiden. Sie sehen jetzt, dass an den Ecken des Bildes neue Markierungen aufgetaucht sind. Und wenn Sie an denen ziehen, dann können Sie das Bild zuschneiden. Wir schneiden also alles ab, was nicht zu unserer Lieblingsunterschrift gehört. Ich möchte zum Beispiel die unterste Version benutzen und schneide die oberen jetzt einfach ab. So, und jetzt noch derselbe Trick, den wir schon im letzten Bewerbungsquickie hatten. Bildformat, anordnen, Zeilenumbruch und hinter den Text. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging oder Ihnen dieser Punkt gar nichts sagt, dann schauen Sie sich unbedingt das letzte Video an. Denn das ist ein ganz wichtiges Menü, das man in Word unbedingt kennen sollte. Das macht das Leben echt einfacher. So, jetzt haben wir eine ausgeschnittene Unterschrift und können Sie genau dahin schieben, wo wir sie haben wollen. Eigentlich schon perfekt. Aber ich verrate Ihnen jetzt noch was. Mein absoluter Lieblingstipp. Sie markieren das Bild, gehen auf Bildformat, Farbe und Neueinfarben. Und hier unten rechts sehen Sie schon eine Vorschau. Das ist so blaue Farbe auf weißem Grund. Wählen wir die mal aus. Und siehe da, jetzt sieht es sogar noch mehr nach echter Unterschrift aus. Und ob Sie es glauben oder nicht, blaue Farbe wirkt deutlich vertrauensvoller als schwarze. Dazu habe ich mal einen ganzen Blogartikel geschrieben, falls Sie das interessiert. Tja, und das war es dann auch schon wieder für dieses Mal. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald.